Die Erwartungen, die Mercedes-Benz Consulting an die Kooperation mit der Makromedia hat, sind ziemlich eindeutig. Wir versuchen in neuen Projekten mit dynamischen, innovativen Studenten neue Methodiken, neue Toolings, neue Ansätze für unsere ureigensten Themen zu finden. Mein Name ist Markus Piesch. Ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren bei RTL 2, habe da den Online-Bereich aufgebaut und bin mittlerweile Leiter der Abteilung Strategische Projekte. Hermann Ecke ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Medienforen Leipzig GmbH. Also ich habe insgesamt fünf Projekte dabei und alle Projekte bewegen sich letztlich in dem Themenbereich klassisches TV und wie vernetze ich unser klassisches Kerngeschäft mit den neuen digitalen Möglichkeiten. Zum Beispiel Customer Management, Customer Experience Management und alles was sich damit beschäftigt. Vor allem im Automobilbereich, aber alles auch was mit Mobilität, infrastrukturellen Organisationsthemen sich befasst. Jetzt haben wir hier, dank der Verbindung zu Professor Agarwal, drei Projekte im Blick, die wir durchführen wollen mit den Studenten hier vor Ort. Alle im Grunde genommen zum Thema oder rund um das Thema Digitalisierung. Das ist wichtig, dass Sie in Ihren Applikation zeigen, wie sehr wichtig sind. Es ist gut, wenn Sie eine kleine Web-Researche, ein bisschen Literatur-Researche, und dass Sie wirklich ein paar Highlights aus, was Sie erwarten können, von Ihnen arbeiten. Hi, everyone. Ich bin Denise. Ich bin von Turkey. Hallo, mein Name ist Abhiraj Dehal. Ich bin Mumbai, India. Hi, mein Name ist Victor Salas. Ich bin Mexiko. Hallo, mein Name ist Nadine Reif und ich studiere hier im zweiten Semester Medien- und Kommunikationsmanagement. The format is really nice. I really like the idea of the companies coming in and presenting their bit, their task, what they want from us to us. Well, I really enjoyed the whole interaction with the people from the different companies. they're so kind to share experiences and actually the fact they're asking us for our opinions. Well, it's just, we feel flatter just to be part of these new projects. Ich fand den Vortrag von den Firmen wahnsinnig spannend. Zum einen, weil es auch wahnsinnig nah mit unserem Kurs zusammenhängt und weil es einfach sehr hilfreich für die spätere Berufslaufbahn auch ist. Und wenn man sagen kann, dass man mit Firmen wie Mercedes zusammengearbeitet hat und deshalb finde ich es einfach wahnsinnig toll, dass die Makromedia so etwas anbietet.